...gesundes Fiedermark aus der Stute mit dem schönen Namen Reine Freude, vom Ravallo, Frühlingstraum 2, Romadour 2, dann der Trakener Hengst Hartung in der fünften Generation, aus der Zucht von Hermann Schult in Hüchsen, im gemeinschaftlichen Besitz von Anton Bergmann und Burkhard Fahler, seit wenigen Monaten unter dem Sattel von Markus Gribbel und er war bereits mehrfach bei dem Siegreich in Dressurprüfungen auf dem Niveau des Saint-Georges und der Inter 1, längst war Siegerhengst seiner NRW-Kömerung in Westfalen 2004, Vize-Bundeschampion der dreijährigen Hengste 2005. Vize-Bundeschampionels Untertitelung des ZDF, 2020